Alle Mann aufgepasst! Wir haben mal wieder eine 100-Schichten-Challenge vorbereitet. Schnallt euch an, es geht los! Nur ein Lutscher? Ah, schau dir meinen an. Leute, das ist der Wahnsinn! Schaut euch meine Portion an! Wollen wir beginnen? Monika, zeig mal her. Hast du eine Überraschung in deinem Lutscher? Das war's schon? Aber ein netter Bonus bleibt uns noch. Meine Laune ist aber trotzdem im Eimer. Zack, du bist dran. Mal sehen, wie schnell du deinen Lutscher schaffst. Na los, mach schon. Ich sehe, das hast du voll drauf. Was sind das für coole Lutscher? Zack, das hast du klasse gemacht. Was hast du vor? Boah, nee, wie ein Kleinkind. Mädels, sorry. Aber das ist eben Zack. Kate hat die glückliche Karte gezogen. Aber wie will sie alleine diesen riesigen Lutscher schaffen? Pass auf, dass dir niemand in die Quere kommt. Hä, was ist das denn? Ah, ich muss los. So landet man auf dem Regenbogen. Wo ist Kate hin? Hat sie der Regenbogen geklaut? Wow, ich bin in einer Zauberwelt gelandet. Zeit, auf Schatzsuche zu gehen. Der Karte nach bin ich auf dem richtigen Weg. Yeah, gefunden. Der Schatz gehört mir. Deinen Freunden ist schon ganz schön langweilig. Schaut mal her, das ist mein Schatz. Das ist kein Schatz. Ich brauch diesen Blödsinn nicht. Den anderen scheint's aber zu gefallen. Kate muss wohl von Gold geträumt haben. Oh, wow. Zack, mit seinem Pfannkuchenturm hat er am meisten Glück gehabt. Zeit, dass wir beginnen. Kate macht hier nichts draus. Monika, fang du an. Ich will meine Pfannkuchen mit Sirup essen. Ich liebe die Dinger. Monika, das machst du aber anständig. Bist du eine Lady oder so? Wobei, nee. Meine Worte nehme ich zurück. Einen Mordshunger musst du hier haben. Kate, jetzt bist du dran. Hey. Dass du keinen Bock hast, interessiert hier niemanden. Der Sack wird dir helfen. Okay. Weil er ein echter Freund ist. Na los, Kate, wir glauben an dich. Du kannst es schaffen. Oh nein, ruf die Feuerwehr. Okay, das Feuer haben wir überstanden, aber Kate sollten wir erst mal in Ruhe lassen. Ich bin ein bisschen glücklich. Mich nervt, wie glücklich er ist. Mann, ist das cool. Dann wollen wir mal loslegen. Schön viel Honig draufkippen. Hätte ich mehr, würde ich noch mehr dazugeben. Davon habe ich geträumt. So einen Turm habe ich noch nie gesehen. Auf die Plätze, fertig, los. Da kriege ich sogar Hunger. Monika und Kate beneiden Sack total. Hey, kannst du ihnen was abgeben? Sieht so aus, als wäre Sack ganz schön attraktiv für Bienen geworden. Tja, alles hat nun mal seine Vor- und Nachteile. Und es geht weiter. Was ist das denn? Genau, ein Eis. Und Kate hat eindeutig die größte Portion bekommen. Glück gehabt. Na, Sack, fangen wir mit dir an. Welchen Geschmack hast du? Zitrone? Wie cool. Sack, wie kann man nur so essen? Wieso macht ihr ein Problem draus? Ich bin doch schon innu wieder sauber. So geht das. Du bist dran. Na, endlich. Ich liebe Eis. Sack, scheint was geplant zu haben. Oje, Monika, mach dich bereit. Der Topf wird dich wohl nicht retten. Hallo, wach auf. Du hast wohl gedacht, ich würde nichts bemerken. Wie naiv. Stopp, Sack, muss aussteigen. Kate ist dran. Zeig uns, wie du so eine Menge fertig kriegen möchtest. Scheint, als hättest du das voll drauf. Hauptsache, dass du am Ende keine Halsschmerzen bekommst. Ups, zu spät. Sack, jetzt zeigt uns endlich, was draus geworden ist. Kate, jetzt schrei doch nicht so. Sie ist jetzt aus wie ein Clown. Was soll's? Wo willst du hin? Und weg ist sie. Es wird Zeit für Brötchen. Oder um genauer zu sein, für Donuts. Finger weg, die gehören mir. Ich hab nur einen. Der auch noch klein ist. Aber schmecken tut er gut. Mega lecker. Sack, weg mit dir. Der gehört mir alleine. Okay, der Donut hat eine Zähne grün gefärbt. Ah, na also. Viel besser. Awesome. Ich bin dran. Ich liebe alles, was Zuckerguss hat. Schaut mal. Ich schaffe das alles ohne zu platzen. Wenn ich noch kauen könnte. Ich bin fertig. Na wartet, ihr Donuts. Ihr habt keine Chance gegen mich. Sag, da kannst du eindeutig was lernen. Oh, komm, ich helfe dir. Du musst auf deine Figur achten. Meine Figur ist in Ordnung. Meine Oma sagt immer, man soll nicht geizig sein. Jetzt hat Monika das Sagen. Leute, aufgepasst. So ist gut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.